Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! WDR mediagroup GmbH Musik 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 Wir sind der Volk! Wir sind der Volk! Bitte reiht euch in die Demonstration ein und überholt rechts nicht den Lautsprecherwagen! Immer weitergehen! Wir haben das Problem, dass die Polizei mittlerweile in der Demonstration drinnen steht. Und das liegt daran, dass ihr aus der Demo rausgeht. Reiht euch in die Demonstration ein und macht Petten! Die Polizei wird versuchen hier zu provozieren und wir dürfen das nicht zulassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Demo gespalten wird. Das liegt jetzt an euch, in die Demo reinzugehen, hinterm Lautsprecherwagen zu bleiben und Petten zu bilden. Und die Leute vorne sollen, wenn es geht, langsam mal weitergehen. Das ist nicht so gut für die Kupplung vom Auto. Wer kann anfahren, ist immer schlecht. Wir machen ja noch ein bisschen rumfahren damit. Hiermit nochmal eine Ansage an die Polizei. Geht einen Kaffee trinken, holt euch ein Eis, fahrt nach Hause. Euer Job in Freitag ist für heute mit mir erledigt. Hier legen wir nur unser Recht auf Versammlungsfreiheit wahr. Und unser Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, wofür wir kämpfen. Geht euch einfach zurück! Wir können nach Hause gehen, wir können nach Hause gehen! Wir können nach Hause gehen, wir können nach Hause gehen! Statt, 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 Statt für die Polizei! Statt, Statt, Statt für die Polizei! Statt, 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 Statt!